Herzlich Willkommen zur AWO-Geschichtenzeit. Heute habe ich zwei Kurzgeschichten mitgebracht und in keiner von beiden ist alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Viel Spaß beim Zuhören. Und bist du nicht willig? Der Tag des Umzugs war gekommen, das neue Haus am anderen Ende des Grundstücks fix und fertig eingerichtet und ich geriet allmählich in Panik, als Arno sich nicht rührte. Schau mal, versuchte ich zum x-ten Mal vernünftig mit ihm zu reden. Das neue Haus ist so viel schöner als diese alte Bruchbude hier, wo das Dach kaputt ist, der Putz von den Wänden bröckelt und die Türen schief in den Angen hängen. Schweigen. Arno? Er rührte sich nicht. Ich verlegte mich aufs Schmeicheln, trat zu ihm und legte meine Arme um seinen Hals. Arno, Schatz, bitte. Keine Reaktion. Langsam verlor ich die Geduld. Verdammt, Arno, jetzt sei doch nicht so halsstarrig. Papa hat sich so viel Mühe gegeben mit dem neuen Haus. Weißt du, wie viele Wochenenden er damit verbracht hat, alles herzurichten? Verächtliches Schnauben. Okay, du musst meinen Vater nicht mögen, aber ich dachte wenigstens, dass wir beide... Noch bevor ich ausgeredet hatte, drehte mir Arno stumm den Rücken zu. Wütend rannte ich in den Hof und knallte die Tür hinter mir ins Schloss. Mit diesem Sturkopf war einfach nicht zu reden. In gewisser Weise konnte ich ihn ja verstehen. Er war in diesem Haus geboren worden, hatte seine Kindheit und Jugend hier verbracht. Aber war das ein Grund, die windschiefe Karte nicht endlich gegen ein modern eingerichtetes, viel bequemeres und schöneres Heim einzutauschen? Ich ging zum neuen Haus hinüber und während ich noch hier und da etwas richtete und anordnete, überlegte ich grimmig, was zu tun sei. Puh, sollte er doch dort drüben hocken bleiben, wenn er sich nur nicht einbildete, dass ich da noch einen einzigen Handschlag für ihn tun würde. Irgendwann würde er schon angekrochen kommen, wenn er merkte, dass ich mindestens ebenso stur war wie er. Doch bereits in der ersten Nacht hatte ich ein schlechtes Gewissen und wälzte mich schlaflos im Bett. So ging das einfach nicht. Aber was sollte ich tun? Am nächsten Morgen kam Vater. Na, fragte er, hat er sich besonnen, dein Arno? Ich kniff die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. Nichts zu machen. Tja, sagte Papa, dann hilft wohl nur eines. Was hast du vor? Papa, ich kann nicht... Doch, fiel Vater mir ins Wort, du kannst. Keine Sorge, ich helfe dir. Eine Stunde später hatten wir es geschafft. Zugegeben, wir müssen ein komisches Bild abgegeben haben, als wir den sich verzweifelt wehrenden Arno über den Hof buxierten. Mein Vater schiebend und ich ziehend, aber anders war es wirklich nicht zu bewerkstelligen. Das herzzerreißende Ihhh, dass Arno dabei immer wieder ausstieß, hat man jedenfalls bis ans andere Ende des Dorfes gehört. Es ist angerichtet. Karl war tot. Er lag auf dem Küchenfußboden in einer Blutlache und Millie starrte auf das Messer in ihrer Hand und konnte nicht begreifen, dass sie ihn getötet hatte. Wanken tastete sie sich zu dem schweren Eichenholztisch und ließ sich auf einen Stuhl sinken. Nun war es also passiert, mein Gott. Ja, es stimmte. Sie hatte ihn loswerden wollen, hatte ihn so manches Mal verflucht und ihm die Pest an den Hals gewünscht. Ein sexbesessenes Ungeheuer, vor dem keine sicher war, das war er gewesen. Ein widerlicher Störenfried, der den ganzen Tag nichts anderes tat, als fressen, saufen, zu den unmöglichsten Zeiten Krach zu schlagen und über die Weiber zu steigen. Millie schüttelte sich, teils wegen der Erinnerungen und teils vor Ekel. Ekel vor Karl, der tot zu ihren Füßen lag, und Ekel vor sich selbst, dass sie es getan hatte. Aber es war doch nicht allein ihre Schuld, oder? Fiete hatte doch auch immer gesagt, und überhaupt, Fiete. Der hatte sie erst auf diesen abwegigen Gedanken gebracht mit seinem ständigen Gerede, sie solle sich endlich von Karl trennen. Millies Hand umkrampfte das Messer, das sie immer noch hielt. Oh nein, diese Verantwortung würde sie auf keinen Fall ganz allein übernehmen. Fiete steckte da genauso tief mit drin, Sophie stand fest. Sie würde ihm seinen Teil aufpacken, ob ihm das nun schmeckte oder nicht. Millie nahm allen Mut zusammen und machte sich ans Werk. Zu zweit saßen sie später am Küchentisch, über den Millie ein weißes Tuch gebreitet hatte. Der Boden war blank gewischt, nichts in der Küche deutete mehr auf das schreckliche Verbrechen hin. Fast nichts. Fiete hob den Deckel der gusseisernen Pfanne, schnupperte genieserisch und legte sich und Millie das Fleisch auf. Mit gutem Appetit begann er zu essen. Seltsam still heute, bemerkte er zwischen zwei Bissen. Ist deinem Karl ausnahmsweise mal früher die Puste ausgegangen? Millie, die leichenblass vor ihrem Teller saß und das Essen nicht anrührte, senkte verstört den Blick. Ihre Schultern bebten und beim Anblick des Fleisches auf ihrem Teller brach ihr der kalte Schweiß aus. Ein Würgen schnürte ihr die Kehle zu. Sie sprang aus, auf und rannte aus der Küche. Fiete sah ihr verwundert nach. Was sie wohl hatte? Er zuckte mit den Schultern, hob nochmals den Pfannendeckel und legte sich ein Stück Braten nach. Die Toilettenspülung rauschte und Fiete hörte, wie Millie dem Wasserhahn auftrete. Sie würde doch nicht krank werden. Na, am Essen konnte es jedenfalls nicht liegen. Das schmeckte gerade heute ausgezeichnet. Wirklich das beste Brathähnchen, das er jemals gegessen hatte. Das waren die Geschichten und bist du nicht willig und es ist angerichtet. Geschrieben und gelesen von Judith Ott.